Die fantasievollen und charakterstarken Weingeister und Skulpturen der Firma Ex-Art werden auch Sie begeistern. Die Verschiedenartigkeit der einzelnen Figuren könnte nicht größer sein. Der liebevolle Arthur wie auch die rubensanfte Maria suchen ihresgleichen. Die Gargoyle-Figuren mit dem Troll als Wandskulptur oder der zähnefletschende Höllenhund sind nur einige der mit viel Liebe zum Detail gestalteten Figuren. Einen besonderen Höhepunkt stellt der einzigartige Skulpturenspiegel und der linkshändige Golfer dar. Weinambiente der besonderen Art stellen die zwölf Weingeister dar. Liebenswert und originell sind sie das extravagante Geschenk oder Sammlerstücke.